Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College reinschaust. Heute mal eine Solo-Podcast-Folge so zwischendurch reingeschoben, denn ich mache zurzeit ja einige Interviews und längere Podcast-Folgen. Und heute mal wieder eine Folge, eine reine Theorie, eine Lernfolge über FP&A und ESNOP. Und zwar steht es für Finanzplanung und Analyse und der andere Prozess steht für Sales und Operations Planning. FP&A steht für Financial Planning and Analysis. Also eins zu eins auf Deutsch, Finanzplanung und Analyse. Dieser Prozess zielt darauf ab, die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens sicherzustellen. Und zwar führt man im FP&A-Prozess eine Planung, eine Prognose und verschiedene finanzielle Analysen durch. Und das ultimative Ziel ist es, eben nicht nur die Gesundheit, die finanzielle sicherzustellen, sondern eben auch die finanzielle Performance in der Regel zu verbessern. Es geht eigentlich dort um Budgetierungen, Forecast, Estimate, Updates und so weiter. Mehr folgt in den nächsten Folien. Gehen wir auf den nächsten Prozess und zwar auf Sales und Operations Planning. Zu Sales und Operations Planning habe ich schon sehr, sehr viele Beiträge hier auf dem Supply Chain College veröffentlicht. Aber ganz kurz gesagt ist es, die regelmäßige Abstimmung zwischen Angebot und Nachfrage, Mitteleinsatz abzustimmen etc. Und wie es der Name sagt, so ein bisschen die Verkaufs-Prognoseplanung abgestimmt mit dem Angebot auf der operativeren Seite des Unternehmens. Es ist sehr, sehr einfach. Wie gesagt, ich habe super viele Beiträge schon zu dem Thema hier online gestellt. Also such doch gerne mal auf der Supply Chain College oder auf der Homepage danach. Wenn wir jetzt weitergehen, erzähle ich euch jetzt auf den nächsten zwei, drei simplen Folien so die Unterschiede. Und wie gesagt, das soll heute ein sehr kurzer Beitrag werden. So als Zwischenbeitrag zwischen diesen zwei wöchentlichen Podcasts, die ich zurzeit und Interviews, die ich veröffentliche. Zum einen hat SNOP den Ursprung eher in der Supply Chain, schon seit den 80er Jahren. Und wird oftmals aus der Supply Chain rausgetrieben. Aber es ist trotzdem ein cross-funktionaler, also ein funktionsübergreifender Prozess. Aber die Supply Chain in der Regel treibt den Prozess, bereitet alles vor. Und im besten Fall ist dann die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer, der Owner, Sponsor des Prozesses, sodass dann auch wirklich der richtige, wie man so schön sagt, Management bei ihnen vorhanden ist. FP&A hat seine Heimat in der Finanz, im Accounting, im Controlling. Und wie ich zu einem Eingang gesagt hatte, da geht es darum, die regelmäßigen Budgets zu erstellen, Bilanzen, PNLs und die ganzen Analysen dazu. Die Anwendung von Sales & Operations Planning ist vor allem in Fertigungsunternehmen zu finden, also Unternehmen, die Produkte selbst herstellen oder sehr, sehr viele Produkte auch zukaufen, weiterverarbeiten etc. Also da ist es ein sehr wichtiger Prozess, eben wie zu Anfangs auch da wieder gesagt, Prognoseplanung abgestimmt auf den Mitteleinsatz. Habe ich die Kapazitäten? Habe ich die Lieferantenkapazitäten? Habe ich die Transportlagerkapazitäten? Kann ich die Schichten aufbauen? Wie sind meine Kosten? Wie sehen die Bestände entsprechend aus? Und wie kann ich eben auf der Prognose-Seite erstmal die richtigen Prognosen erstellen, aber dann auch den Kundenbedarf befriedigen etc. Siehe das Supply-Chain-Dreieck, über das ich auch schon öfters gesprochen hatte. Die Finanzplanung ist eigentlich in allen Unternehmen anzufinden. Also jetzt nicht nur in börsennotierten Unternehmen oder größeren Mittelständlern etc. Selbst eigentlich ein kleines Einzelunternehmen, selbst ich für meinen YouTube-Kanal und ein bisschen die Beratung, die ich manchmal nebenbei mache, brauche ich eine ganz simple Finanzplanung, denn ich muss ja irgendwann auch meine Steuererklärung zum Beispiel abgeben. Und ich sollte auch mal gucken, eben Einnahmen versus Ausgaben, macht es überhaupt Sinn, mit dem ganzen Theater weiterzumachen? Dann was sind weitere Unterschiede? Zum einen im Sales & Operations Planning wird oftmals über physische Einheiten gesprochen. Zum Beispiel, ich habe schon sehr viel in der Vergangenheit gesehen, dass man alles in Tonnen umrechnet, um so Produkte vergleichbar zu machen, dass man, weil man im SNOP ja eigentlich nicht über die Einzelartikel reden sollte, das macht man vielleicht eher in einem Sales & Operations Execution. Im Sales & Operations Planning redet man dann eher über Produktfamilien, man aggregiert das auf eine Anlage, auf einen Produktionsstandort, auf einen Lagerstandort, was auch immer. und man wandelt das dann gerne in physische Einleitung, also Tonnen oder im Getränkebereich, nimmt man gerne Liter, Hektoliter, um dann so eine gemeinsame Basis zu haben und das alles ein bisschen anzugleichen. Manche Unternehmen, die ein sehr diverses Portfolio haben, die finden dann gewisse Umrechnungseinheiten, die in der echten Welt eigentlich gar nicht da sind, aber man macht so statistischen Übungen, um die Produkte auch so ein bisschen zu normalisieren und abzugleichen und entsprechend zu gewichten. In der Finanzplanung, wie es der Name eigentlich auch sagt, Finanzen, da geht es um monetäre Werte, um Geld, dort rechnet man eigentlich alles in die Währung des Unternehmens. Also wenn ihr jetzt in Deutschland zum Beispiel ansässig seid, in Euro um, in Amerika zum Beispiel in Dollar. Welche Metriken werden verwendet oder welche Performance Indikatoren, wie misst man die Performance im S&OP, nimmt man in der Regel Supply Chain Kennzahlen, also Vorkastgenauigkeit, Vorkast-Bias, Liefertreue, On-Time-and-Full, solche Themen, Fracht- und Logistikkosten und in verschiedenen Verhältnissen dann entsprechend umgerechnet. Bestandsziele, also in Paletten, in Einheiten, in monetarien Werten auch zum Teil. Da hat man jetzt schon ein bisschen die Brücke auch zur Finanzplanung. Man kann ja auch zum Beispiel Bestände in Days Inventory Outstanding oder Tagesreichweiten oder Wochen-, Monatsreichweiten umrechnen. Man schaut sich die Produktfrische an, all solche Themen, alles so sehr, sehr Supply Chain, Lieferketten getrieben. In FB&A guckt man in der Regel auf finanzielle KPIs und diese können sein Return on Capital Employed, also sowas wie eine Kapitalrendite, Return on Investment, also was ist mein, wie sagt man auf Englisch, bang for the buck, also mein, ja Gegenwert, mein Ertrag aus der Investition für neue Produkte, für neue Anlagen, neue Geschäftsbereiche etc. Man schaut sich vielleicht so Cash Conversion Cycle, den Cashflow an sich an, also da ist man liquide, wie ist die Liquidität? Man schaut sich das Networking Capital an, also ein bisschen so Zahlungsziele, wie schnell zahlen die Kunden, wie schnell müssen wir die Lieferanten zahlen, wie ist mein Bestand? Man guckt sich generell die Kapitalstruktur an, Themen wie EBIT, EBITDA und so weiter. Zum Abschluss jetzt so langsam kommend, so wie sind so die Ansätze? Damit meine ich im SNOP zum Beispiel, was die Mahnpläne, die Absatzplanung betrifft, vor allem in größeren Unternehmen geht man so top down, also von oben nach unten, man aggregiert sehr, sehr weit oben auf einem Vertriebskanal, auf einer Produktgruppe, vielleicht auf einer Location, auf einem Standort, auf dem die ganzen Kundenaufträge zum Beispiel einlaufen und befriedigt werden oder eingehen und befriedigt werden. Dann für die Supply-Seite, für die Angebotsseite, Kapazitätsseite, Nachschubseite geht man oftmals gerne aber bottom up, also von unten nach oben, weil man dort wirklich von dem Einzellieferanten, von der einzelnen Produktlinie, auf der einzelnen Transportation Lane und so weiter die ganzen Feinheiten abstimmen muss. In der Finanzplanung, FP&A, üblicherweise top down. Man fängt sehr, sehr high level strategisch an, auf Geschäftsbereichen, auf Gesellschaftsebene, auf Legaleinheiten, wie auch immer, auf sehr hohen Ebenen, geht dann auf die Vertriebskanäle, vielleicht auch noch auf Produktgruppen, aber man geht nicht wirklich jetzt dann auf Einzelartikel oder so runter. Dann die Planungshorizonte, ist jetzt ein Operations Planning, wenn man es richtig macht, macht man das regelmäßig, eigentlich sollte man das monatlich machen, Experten streiten auch, muss man das überhaupt nur monatlich machen, kann man das nicht auch in Echtzeit in Zukunft machen, da kommen wir gleich ein bisschen drauf, brauchen wir auch die Systemunterstützung und man geht dort in Wochenscheiben, Monatsscheiben, ein Jahr und mehr in die Zukunft, also ein, zwei Jahre sollte man eigentlich schon mindestens anschauen monatlich und eher so eine Mittelfrist, den taktischen Horizont abdecken. In der Finanzplanung kenne ich es jetzt so, dass man in der Regel das Granularste, was man eigentlich anschaut, also beim SNOP geht es noch ein bisschen auch um die Saisonalitätskurven und alles und da sind dann auch Feiertäge und Fabrikschließungen und all solche Sachen, Promotionen wichtig. In der Finanzplanung guckt man sich oftmals dann nur die Quartale an, also hat man maximal vier Perioden in einem Jahr und man guckt oftmals nur auf das Geschäftsjahr. Natürlich gibt es dann auch, wenn man mal Business-Simulationen macht, Business-Cases erstellt für große Geschäftsereignisse, dann guckt man natürlich auch mal mehrjährig, so fünf Jahre, fünf bis sieben, acht Jahre habe ich da schon regelmäßig gesehen. Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft jetzt ganz zum Schluss. Die Zukunft sieht eigentlich so aus, dass man im SNOP das eigentlich weiterentwickelt. Brahm des MED, den ich ja gerne verfolge, der redet über SNOP 2.0, so ein bisschen Integrated Value Planning, wo man so ein bisschen firmenübergreifend, andere nennen es IBP, Integrated Business Planning, wo man firmenübergreifend mit Lieferanten und auch wichtigen Kunden, also A-Lieferanten, A-Kunden zum Beispiel, auch in diese Abstimmungen geht, vielleicht in einer anderen Granularität und anderen Tiefe. Man verknüpft auch die Finanzplanung viel, viel stärker mit dieser Mengen- und Volumenplanung aus der Supply Chain heraus. So holt man dann auch die Stakeholder viel, viel besser ab und sieht ein bisschen auch die Gaps gegen vielleicht die Finanzplanung, wo vielleicht ein paar mehr Ambitionen und Zielsetzungen drin sind. In der Finanzplanung lese ich jetzt öfters mal XP&A und das steht für Extended Planning Analysis und dort geht es eigentlich wie beim IBP und da haben wir jetzt eben dann, wo alles zusammenkommt und deshalb ist auch meine Hypothese, über die nächsten Jahre wird es in den größeren Unternehmen immer mehr zusammenkommen mit den besseren Entscheidungsintelligenzen und Tools mit KI, Machine Learning, was auch immer hinten dran steht, wo man auch viel, viel mehr große Daten verarbeiten kann. Ich glaube, ich rutsche das sehr stark zusammen und die Supply Chain wird es sehr, sehr stark leiten. Die Finanzdritte ein bisschen in den Hintergrund, das ist meine Hypothese. Schauen wir mal, was da rauskommt in den nächsten Jahren und da haben wir eben die absolute Schnittmenge, denn in diesem Extended Planning geht es auch darum, Personalplanung, also HR Planning, sage ich mal, Portfolioplanung, was gibt es noch, Marketingplanung, Vertriebsplanung und alles zusammenzubringen und genau darum geht es im Integrated Business Planning eben auch. Das ist einfach nicht nur Menge in Euro oder Dollar umzurechnen, sondern eben auch da andere Planungsansätze und eben dieses noch stärker cross-funktionale und auch strategische mit in diese Prozesskette reinzubringen. Oder ganz einfach gesagt, was ich mir hier, ich gucke gerade mal auf meine Notizen, was ich mir da aufgeschrieben hatte, auch eigentlich haben dieses Extended Planning und Analysis und Integrated Business Planning haben eigentlich die gleichen Ziele und zwar eine strategische Planung, die mit einfließt in diese Planungsprozesse oder die der Anfang dieser Planungsprozesse ist, die dann mit der Finanzwelt zu verknüpfen, aber auch mit den operativen Plänen zu verknüpfen und alles aufeinander abzustimmen. Das heißt nicht, dass überall dann die gleichen Zahlen vielleicht rauskommen müssen, aber dass man diese Gaps sauber versteht und wie gesagt, ich bin immer noch ein Fan von Finanzplanung, darf Ambitionen enthalten und Chancen, Risiken schon viel früher abbilden vielleicht als eine Supply Chain Planung. Auch da kommt es wieder auf den Planungshorizont drauf an. Und ich hoffe, euch hat dieser Beitrag gefallen. Es war mal wieder was anderes neben all diesen Interviews. Haltet mir die Treue, teilt das Video, abonniert den Kanal, bewertet den Podcast auf Spotify, hoffentlich mit vielen Sternen. Das würde mir sehr, sehr viel Rückenwind geben, weiteren Content für euch zu bringen. Bis zum nächsten Mal. Danke.